Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben heute ein bisschen Labervideo am Start und wir reden über die Free Agency, weil ich da über die letzten Tage und vielleicht sogar Wochen logischerweise schon wieder ein paar Fragen gesammelt habe. Heißt, ich habe jetzt nicht explizit danach gefragt, sondern ich habe einfach die Fragen genommen, die ich am häufigsten gekriegt habe. Manche davon waren teilweise auf Teams bezogen, die habe ich jetzt natürlich allgemeiner gehalten. Genau, und wir beantworten jetzt einfach mal ein paar von den Fragen. Ich glaube, es sind sechs insgesamt. Teilweise sind es keine klaren Antworten, sondern mehr oder weniger meine Meinung. Wie immer seid ihr natürlich dazu angehalten, in den Kommentaren eure Meinung dazulassen. Und boah, bevor ich das vergesse, ich glaube Mittwoch, also jetzt irgendwann, ich sage es euch nochmal genau wann, aber ich glaube am 23. kommt der neue Geschmack raus von Holy, ne? Lions Lemonade. Und ich habe den gestern schon gekriegt. Boah, also bestellt euch vorher auf keinen Fall was, würde ich sagen, sondern wartet, bis der raus ist und bestellt den euch dann, weil meine Fresse ist der geil. Okay, die erste Frage, ich überlege gerade, ob ich vielleicht einfach alle Fragen in einem Stück beantworte, also einfach hintereinander weg, egal, mal gucken. Die erste Frage ist, wissen General Manager, wer sonst noch im Rennen ist, wenn es jetzt um die Spieler geht? Das heißt, Beispiel JC Jackson. Wissen die Chargers, wer hat noch Interesse an JC Jackson? Oder Alan Robinson. Wissen die Rams, wer hat noch Bock auf Alan Robinson? Theoretisch ist es jetzt was, wo ich nicht wirklich viel zu sagen kann. Haben wir aber Glück, dass Tom Telesco sich geäußert hat. Das ist der GM von den Chargers. Der war in der Pat McAfee schon, hat genau zu dieser Frage was gesagt. Und er hat gesagt, und damit die Meinung bestätigt, die ich sowieso schon hatte, theoretisch natürlich nicht. Das heißt, du weißt nicht, wer noch wirklich an einem Spieler dran ist. Aber man denkt sich natürlich seinen Teil. Das ist ja das, was die Medien auch machen, was wir auch machen. Wir überlegen uns, okay, wer könnte Interesse haben an welchem Spieler und wer könnte da am Rennen sein, wer hat das Geld dafür, wer hat den Need und so weiter. Wo gibt es eventuell Verbindungen vom Coaching-Staff zu einem Spieler? Und er meinte letztendlich genau das Gleiche. Das heißt, du hörst jetzt nicht von dem Agenten, oh, wir haben übrigens auch Vertragsverhandlungen mit dem und dem und dem Team. Aber du hast eventuell im Kopf, okay, wenn wir an dem dran sind, könnte sein, dass die und die auch an dem dran sind. Und natürlich hört man manchmal von Agenten, oh, wir haben noch drei andere Teams, die auch gerade Interesse haben. Frage ist dann natürlich immer, wie viel ist davon Taktik? Wie oft stimmt das wirklich? Aber auf jeden Fall wissen GMs nicht genau, wer sonst noch dran ist. Das Ding ist jetzt halt, dass wir heutzutage auch diese ganzen Insider haben. Ian Rappaport, Schefter zum Beispiel, Palacero und so weiter. Und die haben ja immer Quellen bei allen möglichen Franchises und die bringen dann teilweise Sachen raus von wegen, ah, die sind übrigens gerade am Verhandeln. Oder jetzt mit Sean Watson zum Beispiel. Das war dann eine offenere Sache, dass man weiß, wer da wirklich drin ist. Aber bei so normalen GM-Sachen oder bei normalen Free Agents, sage ich mal, wissen die GMs und wissen die einzelnen Teams nicht, mit wem sie wirklich so konkurrieren. Die nächste Frage ist, warum entscheiden sich Spieler noch um, wo sie hingehen? Wir hatten da zum Beispiel, äh, zum Beispiel, ein Beispiel, ich habe es schon wieder gemacht, egal, mit Randy Gregory, der eigentlich erst zu den Cowboys wollte und dann zu den Broncos gegangen ist, für den gleichen Vertrag. Ähm, wer da nicht weiß, was passiert ist, letztendlich war nur eine merkwürdige Sprache, merkwürdige Absicherung für die Cowboys im Vertrag, wo Gregory und sein Agent dann gesagt haben, brauchen wir nicht, wir haben den gleichen Vertrag, das gleiche Angebot, ohne diese komischen Absicherungen von Teamseite, von den Broncos. Dann gehen wir zu den Broncos, denn das klingt so, als würdet ihr uns nicht wertschätzen, als würdet ihr uns oder ihm nicht vertrauen. Ihm ist jetzt in dem Sinne, dem Spieler. Ähm, und das ist einer der Gründe. Anderer Grund könnte sein, dass was zum Beispiel mit JD McKissick passiert ist. Wenn ihr nicht wisst, wer JD McKissick ist, ist nicht so schlimm. Ist jetzt so ein, sagen wir mal ein Receiving Back, ähm, der hat bei Washington gespielt letztes Jahr und dann wurde erst bekannt gegeben, okay, der hat sich geeinigt mit Buffalo und, ähm, der Buffalo-GM, oh, Bienen, wenn mich nicht alles täuscht, der hat auch schon nicht drüber geredet, aber egal, er hat im Nachhinein ja gesagt, dass er es schon mit ihm geplant hatte, logischerweise, der Mann hatte sich geeinigt auf den Vertrag und dann auf einmal kam die Nachricht, dass JD McKissick gesagt hat, äh, ich gehe vielleicht doch nach Washington zurück, auch für den gleichen Vertrag wieder. Wie ist das passiert? Das hatte nichts mit der Vertragssprache von Buffalo zu tun, sondern damit, dass Washington gesagt hat, Moment mal, die einigen sich auf den Vertrag für JD McKissick, den hätten wir auch bezahlen können. Ey, JD, hast du Bock, zurückzukommen zu uns? Und dann ist er zurückgekommen für letztendlich den gleichen Vertrag, einfach nur, weil Washington vorher kein Angebot gemacht hatte. Und dann ist natürlich so die Sache, wenn du das gleiche Angebot hast, gehst du dann eher zu einem neuen Team oder gehst du eher zu dem Team, wo du schon weißt, was du hast, wo du weißt, welche Rolle du hast und so weiter, wo du vermutlich auch schon mit deiner Familie wohnst. Deswegen ist das dann vielleicht ein kleiner Vorteil, auch wenn Buffalo natürlich das bessere Team ist. Aber das scheint sogar ein bisschen merkwürdig zu sein in GM-Kreisen, weil der Buffalo-GM danach gesagt hat, ja, das verkompliziert auf jeden Fall meine Beziehung zu Washington. Weil das eigentlich ein bisschen Bitch-Move ist, wenn ich ehrlich bin. Also hat er natürlich nicht so gesagt. Aber das Ding ist, wenn sich schon auf einen Vertrag geeinigt wurde und man hat vorher keinen eingereicht, dann noch hinten rum zu kommen und zu sagen, ey, ich weiß, du hast dich eigentlich schon auf einen Vertrag geeinigt, aber willst du zu uns kommen, das ist irgendwie ein bisschen, I don't know, ich finde es auch nicht so cool, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das Schlimmste aller Zeiten ist. Nächste Frage, die ich häufig gekriegt habe, ist, was ist ein Failed Physical? Und das war interessant, weil ich glaube, dieses Jahr habe ich eigentlich nur, ich habe es nur von Larry Organjobi mitgekriegt, der eigentlich von den Bengals zu den Bears gehen sollte und da wurde auch schon der Vertrag verkündet und so weiter und so fort. Und dann war es aber auf einmal so, huch, er ist jetzt doch wieder Free Agent, weil Physical Failed. Failed Physical ist letztendlich nur, dass die ärztliche Untersuchung quasi nicht das gezeigt hat, was die Bears erhofft hatten. Organjobi kommt von einer OP wieder, von einer Fuß-OP, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall musst du da dich körperlich untersuchen lassen. Also es ist wirklich wie so eine ärztliche Untersuchung. Bin mir relativ sicher, dass die meisten dann Belastungs-EKG machen, vielleicht ein Ruhe-EKG und sowas, weil die ja logischerweise, die stecken da sehr viel Geld rein in die Spieler und die wollen natürlich genau wissen, was da los ist. Und du einigst dich auf den Vertrag immer und dann heißt es Pending Physical. Das heißt, dieses Pending heißt, dass man das noch abwarten muss quasi. Das heißt, okay, wir haben uns auf den Vertrag geeinigt, falls du deinen Physical bestehst. Und da könnte man jetzt auch wieder sagen, ja, okay, warum ist das jetzt so ein bisschen Doppelmoral, dass das okay ist, aber wenn ein Spieler sich nochmal umentscheidet, das ist eher nicht so cool. Das ist halt, wie gesagt, weil es von vornherein feststeht. Die sagen quasi, hey, wir würden dir gerne den und den Vertrag anbieten, vorausgesetzt, du bestehst diese ärztliche Untersuchung. Und das ist auch nichts, was jetzt nur die Bears machen oder so. Das ist bei jedem Team so immer. Das ist auch bei Draftpicks ist es so. Die haben das natürlich vorher schon teilweise beim Combine. Aber auch wenn die dann reinkommen, dann werden die auch immer untersucht. Undrafted Free Agents, normale Free Agents. Bei Trades ist es auch immer so. Das heißt, selbst wenn ich mitten in der Saison für irgendjemanden trade, dann macht der trotzdem bei mir ein Physical. Weil ich von meinen Ärzten wissen will, lohnt sich das, den zu haben. Oder sagen meine Ärzte jetzt zum Beispiel, ey, der hat, keine Ahnung, der hat so lose Bänder, der reißt sich die sowieso im übernächsten Spiel oder so. Ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt. Aber selbst wenn Spieler die halbe Saison schon gespielt haben und komplett im Flow drin sind, kommt trotzdem nochmal so ein Physical. Und bei Free Agents ist es natürlich besonders wichtig, weil du die vorher noch nie untersuchen konntest. Du hast ihn jetzt eine Zeit lang nicht spielen sehen. Bei Ogunjobi, wie gesagt, der kommt gerade von der OP. Also waren die vielleicht einfach nicht happy damit, wie der Reha-Prozess läuft und so weiter. Also ja, ist eine ganz normale Sache und ist jetzt nichts Schlechtes für Chicago oder so. Die nächste Frage ist, warum sind noch nicht alle gesigned? Gerade die ganzen Starspieler, Starspieler, what the fuck, Starspieler, Tyron Armstead zum Beispiel oder Bobby Wagner und so. Warum sind die noch nicht gesigned? Oder Beckham, Jarvis Landry, wieso haben die noch kein Team? Manchmal warten so eine Spieler gerne bis nach dem Draft. Es kann auch passieren, dass sie sich einfach wirklich nur ihre Zeit nehmen und sagen, hey, ich höre mir alle Angebote an, ich rede mit meiner Familie, wir gucken uns den Wohnungsmarkt an von allen Angeboten, die wir haben. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass Bobby Wagner sich in der Woche auf einmal entscheidet. So, das ist gefühlt komplett im Nirgendwo. Das ist nicht die heiße Phase der Free Agency, das ist nicht nach dem Draft, sondern einfach so mitten dazwischen. Kann passieren, weil die sich einfach Zeit nehmen. Das heißt, weil die einfach sagen, hey, wir werden von nichts gedrängt hier so. Ich muss jetzt nicht unbedingt schnell zu meinem neuen Team. Ich muss jetzt nicht unbedingt schnell mir ein neues Haus kaufen da vor Ort und so. Wir wollen uns komplett Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und wie gesagt, bei anderen kann es passieren, dass sie sagen, ja, ich wäre jetzt schön blöd, wenn ich zu irgendeinem Team gehe, als Wide Receiver zum Beispiel. Und dann draften die auf einmal einen Wide Receiver, weil das Board so fällt. Und auf einmal bin ich dann nicht mehr Nummer 3 Receiver, sondern Nummer 4 und sehe, das fällt kaum. Oder es könnte auch passieren, dass man darauf spekuliert, dass Teams einem dann bessere Verträge geben. Denn angenommen, wir sind die Packers und wir denken uns momentan gerade, ey, wir brauchen einen neuen Receiver Nummer 1. Wenn wir einen von den Top 5 Receivern im Draft kriegen, dann haben wir den, das wäre geil. Und dann sind die Top 5 Receiver auf einmal alle weg. Dann könnte ein bisschen nicht Panik, aber schon so Stress anbrechen bei den Packers und die sagen, jetzt kriegen wir höchstens den 7. Besten Receiver, aber eigentlich haben wir noch einen richtig guten Linebacker auf dem Board, dann müssen wir den nehmen. Dann kriegen wir nur den 10. Besten Receiver. Der ist auch ganz gut, aber der ist keine Nummer 1 Option. Dreck, was machen wir jetzt? Und dafür gibt es dann manchmal Spieler, die quasi sich noch ein bisschen zurückhalten. Oder Beckham zum Beispiel, der dann sagt, ja Packers, hat ja nicht so geklappt mit eurem Vertrag hier oder mit eurem Plan im Draft. Habt ihr vielleicht Bock auf Nummer 1 Receiver? Ich bin da. Und dann spekuliert man quasi darauf, dass man da mehr Geld kriegt, beziehungsweise, dass man danach wirklich weiß, in welche Rolle man geht. Vorm Draft, das ist immer noch ein bisschen unsicher, an welche Rolle man geht. Selbst wenn einem da was Cooles erzählt wird von den Jams und so. Das kann ein Grund sein. Wie gesagt, es muss aber auch nicht der Grund sein. Es kann sein, dass sich quasi Spiele einfach Optionen offen lassen. Nächste Frage ist ein bisschen im gleichen Rahmen. Bis wann muss spätestens unterschrieben werden? Habe ich auch häufig gekriegt, die Frage. Und das kommt vielleicht ein bisschen von Madden, diese Denkweise. Denn grundsätzlich ist es viel unkomplizierter als in Madden. Die ganzen Free Agents sind ja einfach nur Leute, jetzt abgesehen von den Restricted und da, da, da. Aber die normalen Free Agents sind ja einfach nur welche, die keinen Vertrag haben zurzeit. Entweder, weil der Vertrag aufgelöst wurde, wie bei Bobby Wagner, wo das Team quasi gesagt hat, ja, okay, du bist jetzt gefeuert übrigens. Oder weil der Vertrag einfach ausgelaufen ist und keiner hat irgendwie verlängert. Und man hat gesagt, ja, ich hatte vor drei Jahren, habe ich einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, der ist jetzt vorbei. Und jetzt bin ich halt ein Free Agent. Du hast keinen Zeitrahmen, in dem unterschrieben werden muss, wie diese vier Wochen oder drei Wochen da bei Madden. Du kannst auch danach noch unterschreiben. Du kannst im Juni unterschreiben. Du kannst auch die komplette Saison abwarten und die ganze Zeit ohne Vertrag sein, bis in den Herbst und auf einmal im Oktober irgendwo unterschreiben. Das ist alles genau das Gleiche. Also da gibt es jetzt keine festgelegten Phasen. Du hast keine Deadline, bis wann du unterschreiben musst oder so. Theoretisch kann Bobby Wagner oder könnte Bobby Wagner als Beispiel jetzt wirklich einfach warten, bis irgendein Team in den Playoffs ist und dann sagen, ich hatte Bock auf Playoffs dieses Jahr, ich spiele jetzt Playoffs. Und dann muss er natürlich noch ein Team finden, klar. Aber er muss nicht irgendwie vorher unterschreiben. Das ist dann natürlich eine Gehaltssache, denn dann kriegt er für die Regular Season logischerweise kein Gehalt, retrospektiv und so. Aber ja, es gibt auf jeden Fall keine Deadline, bis wann die unterschrieben haben müssen. Nächste Frage, und das war jetzt eine spezifische Frage, die ich gekriegt habe bei den Panthers, glaube ich, von wegen, warum sind da so viele Einjahresverträge? Die Vertragslaufzeiten sind auch immer sehr, sehr, sehr unabhängig. Grundsätzlich willst du als Spieler natürlich meistens einen langfristigen Vertrag mit viel Geld pro Jahr haben. Teilweise gibt es aber auch Situationen, wo du so ein Angebot einfach nicht kriegst, sondern kriegst du von mir aus ein Dreijahresangebot mit sieben pro Jahr oder du kriegst ein Einjahresangebot mit neun pro Jahr und dann kommt es ein bisschen darauf an, was man, also garantiert das Geld, kommt es ein bisschen darauf an, was man von sich hält und wie die Einstellung ist. Du könntest halt quasi sagen, ja, dann nehme ich natürlich die drei mal sieben, denn das sind insgesamt die 21 und dann habe ich 21 Millionen quasi sicher. Oder du sagst, ich nehme die neun Millionen, baue drauf, dass ich mich in dem Jahr dann nochmal verbessern kann, dass ich nächstes Jahr dann nochmal dickere Verträge angeboten kriege. Grundsätzlich ist es aber so, du willst normalerweise langfristige Verträge haben als Spieler, weil bei langfristigen Verträgen mehr garantiertes Geld drin ist, mehr Sicherheit und natürlich ist es auch menschlich, dass du nicht jedes Jahr irgendwie dich in ein neues Team einleben willst und so, du willst ja eigentlich schon bilderbuchmäßig vor Ort bleiben, dann an dem Ort eine gute Saison haben, mit dem Team eine gute Saison haben, Erfolg haben, da bleiben, Coaches kennen, Spieler kennen und so weiter und so fort. Im Panthers Beispiel ist es eine bisschen andere Situation, weil Matt Rule relativ öffentlich jetzt sein letztes Jahr hat, es sei denn, es funktioniert auf einmal. und du willst theoretisch nicht dem neuen Head Coach schon so viele Verträge aufdrücken, die der letzte Head Coach gegeben hat. Das heißt, es könnte einer der Gründe sein, warum da so viele kurze Verträge sind oder warum bei solchen Teams relativ viele kurze Verträge sind, weil du sagst, okay, wenn es funktioniert, dann verlängern wir die und wenn es nicht funktioniert, dann ist unser Head Coach weg, dann kriegen wir einen neuen Head Coach und dann wollen wir natürlich nicht, dass er die zehn Lieblingsspieler von Matt Rule hat, sondern der soll dann lieber das Geld haben, um seine eigenen zehn Lieblingsspieler reinzubringen. Das ist ein Teilgrund. Muss nicht zwangsläufig der Grund sein. Das kann auch, wie gesagt, immer sein, dass ein Spieler sagt, ich hätte lieber gerne einen Jahresvertrag, um zu zeigen, was ich kann. Es gibt andere Situationen wie bei, wieder, ich muss auf die Lions zurückkommen, sorry, DJ Chark zu den Lions, der hat auch nur einen Einjahresvertrag gekriegt. Da ist es ein bisschen so eine Sache, okay, wir wissen, dass er ein guter Spieler ist, er will scheinbar auch wirklich hier sein, aber Verletzungsrisiko. Das heißt, wenn er sich dieses Jahr nochmal verletzt, dann müssen wir halt nach der Saison sagen, ja, sorry, es ist uns zu heiß und wenn er sich nicht verletzt, dann kann man immer noch verlängern nach der Saison dementsprechend. Das sind so eine sogenannten Prove-It-Deals, von denen beweist sich mal und die können in mehrere Richtungen gehen, in Richtung Spieler, wie zum Beispiel jetzt bei DJ Chark oder auch in Richtung Coach, wie zum Beispiel bei den Panthers. Also diese Vertragslaufzeiten, teilweise haben die Geldgründe und teilweise haben die diese anderen Gründe, an die man manchmal nicht denkt. Alles klar, das war es mit dem Video heute. Ich hoffe sehr, dass es euch ein bisschen weiterhelfen konnte, vielleicht auch gefallen hat, wenn ihr alle hast ein Like da. Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.